Dieser neue Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über ein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe des Diesels überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.